Moinsens. Servus. Willkommen zurück bei einer neuen Runde Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Wir chillen hier auf V-June. Mit unserem Jedi-Meister Kalkatan. Und dann würde ich mal sagen, ran an die Buletten, ne? Raus hier, ey. In den Tschernobyl-Regen hier. Boah, alter, ey. Das geht ja schon mal gut los. Nice. Dead. Oh, wir haben jetzt so ein Stalker. Oh, geil. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. So, wir machen mal ein bisschen die Stimmen lauter. Vielen Dank. 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 , 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